Hallo und willkommen zu einem neuen Feature-Update. Neu können Sie im NCMS dank dem Inline-Editor einen Text direkt bearbeiten, ohne dass Sie zuerst mit einem Klick auf das Stiftsymbol das Textbearbeitungsfenster öffnen müssen. So können Sie, ohne großen Aufwand, wenn Sie beim Bearbeiten Ihrer Seite etwas an Ihrem Text ändern möchten, ganz einfach direkt in das Textfeld hinein klicken, Ihren Text abändern, auf Speichen klicken und schon haben Sie Ihre gewünschte Änderung vorgenommen. Und dies funktioniert bei allen Ihren Textelementen. Nun, wir hoffen, dass Ihnen dieses Feature-Update die Arbeit erleichtert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.